die januar nöde erzugs erweitern folgen master geht's ja so und kommt ja sehe ich jetzt dass hier ist und aufnehmen sollte ja auch in der aufnahme also drin sein ja letztes mal aber er wahrscheinlich wegen das update ein headset auch bei discords auf default gesetzt jetzt ausgesetzt warum auch immer keine ahnung keine ahnung nie gehabt schlussendet 20 jahren pc aber was wir nicht das sollten äh ja dann müssen sie jetzt ein bisschen was getan ich weiß natürlich was wir sagen mittlerweile ist wieder das wollen wir nicht brauchen wir nicht schützt so allemann fangen wir vor drachen da bin ich jetzt äh feuerdrache 240 aber da habe ich nix ne ach ja lass mal ach mal hier war genau sein das auf maximo hier war die kurze spitzsäcke ich habe ja nicht oh ja jetzt ist ja neun auf maß der mich nicht beiden ist auf 30 28 20 9 20 hier das muss man so schnell und 20 als mehr kurz davor erst mal master sein können die die einzelnen hier gehen muss ich nachschauen die aber was wissen möchte als fachstufe 469 eine aktuelle als fachstufe ja da habe ich noch was offen ich weiß aber schon gehen hier euch ich weiß jetzt im morgen auch für euch für heute genau kommt wieder neuer die hier sind hier jetzt schon einmal gezeigt ich will ja neue krallen machen das habe ich aber auch im merkel genau große euch hat es klappt ja sie noch nie noch aber ja und fühlt sich für stück ja sonst hat sich nichts hier bin ich jetzt dabei das ist eine klöße stück das stück da bin ich jetzt auch schon mal einiges fertig ein achtsmütze da habe ich auch schon mal ein paar hier ja genau bis dahin nach den alten die alte maus die ich bei hatte aus kinder auch noch hier auch gar und ich noch wissen wie weit ich jetzt bin ich bin jetzt ich hab schon die 5600 machen wir da und dann war ein boss ich habe ich zwei immer ja aber wie gesagt zwei feuer drachen habe ich schon wieder als der 1600 schon geschafft ich will auch jetzt die wirtschaft eigentlich ja das hat sich sowohl nichts bezahlen ist ja auch entspannt mann ist ja ja aber egal aufstieg gibt es noch zwei aufstieg jetzt zwei Aber es dauert noch ein bisschen, da bin ich der Starboard noch Da ist schon ein Stückchen Da bin ich schon fertig für heute Da sind die Sachen da Ich kann die auch immer ziemlich gut Wenn man dran bleibt, dauert nicht Das ist ein ganz netter Spiel, mir gefällt es immer noch Das ist mal was anderes Was man sonst so kennt Das ist ein Standarddinger da Ich habe auch noch keine Gedanken gemacht, was ich danach zeigen könnte Das dauert immer noch ohne Ende, also von daher Noch kein Ende in Dicht Sag mal, braucht man Ich bin gleich zwei Sekunden an Das ist halt in der Hauptsache Da ist recht da beim Boss Das ist ein Standarddinger da Das ist ein Standarddinger da Das ist ein Standarddinger da Ich glaube ich habe ihn eingetreten. 2598. Das ist damals vorgang als Stage 1. Das ist auf einmal 2598. Ja, das ist eine ganze Zeit schon vorgang. 2 Jahre. Da ist er. Ein bisschen lustig aus. Quack quack. Oh, quack quack. Es kann... Es kann aber blöden sein. Das werde ich. Ich brauche übrigens ungefähr 18. Im nächsten Fall. Ach so, Aufstiege genau. Äh... 2 noch genau. Ich bin fällig. Aufstieg. Bin ich gerade. Noch zwei Momente. Keine anderen Updates. Mal gucken. Guck ich auch nicht. Äh... Das ist nur eins. Das wäre 5. Nehmen wir noch einen. 20. 20. 20. 20. Der war auf Opf 1. Maxi. 1. Das gibt es bei den beiden. Keine ahnung... Fällig mal raus. Fällig mal rein. Klar, Pudel nach. Könnte sich jetzt schenken. Boah... Jo, würd ich sagen. Das war's denn für heute. Immer binnen mir steht's. in der nächsten folge nächste woche eine neue folge von Redmaster Bis dahin, tschö mit Öl!